1838 legte der deutsche Pädagoge Friedrich Fröbel den Grundstein für die moderne Pädagogik, als er die Spiel- und Beschäftigungsanstalt eröffnete. Fröbel nannte sein Institut bald Kindergarten, da er der Meinung war, dass kleine Kinder wie Pflanzen in einem Garten gehegt und gepflegt werden sollten. Fröbel hatte beim Schweizer Pädagogen Johann Pestalozzi studiert. Er vertrat die Auffassung, dass Spiel und Spielen typische und essentielle Bestandteile des Lebens sind. Zu den Aktivitäten im Kindergarten gehörten Singen, Tanzen, Gartenarbeit und selbstbestimmtes Spiel. Die so verbrachte Zeit stellte für viele Kinder eine erhebliche Verbesserung ihres Lebens dar. Die Alternative war in vielen Fällen, den Eltern bei der Arbeit zu helfen. Er führte auch das Konzept der Freiarbeit ein. Wie der Name schon sagt, durften die Kinder in bestimmten Zeitabschnitten Dinge selbstständig bearbeiten. Was viele Erwachsene als sinnloses Spiel betrachteten, sah Fröbel als wichtigen Lernprozess. Während die Kinder ihre Konzentrationsfähigkeit und Ausdauer trainierten, lernten sie auch etwas über Technik, Logik und Physik. Zur Erleichterung dieses Prozesses entwickelte er eine Reihe von pädagogischen Spielzeugen, die als Fröbel-Geschenke bekannt sind. Das Set enthielt 20 Objekte wie Bälle, Klötze und Stöcke. Fröbel entwarf das Spielzeug mit großer Sorgfalt. Es sollte den Kindern in seinem Kindergarten helfen, allgemeine Muster und Formen in der Natur zu erkennen und zu verstehen. Seine innovativen Ideen fanden bald Anklang. Viele junge Erzieherinnen und Erzieher studierten bei Fröbel und sahen das große Potenzial der Kinder in seinem Institut. Später eröffneten viele von Fröbels Schülern ihre eigenen Kindergärten und in Deutschland wuchs die Zahl der Kindertagesstätten rapide an. Dann geschah etwas Schlimmes. Nach der Niederschlagung der deutschen Revolution von 1848-49 ging die preußische Regierung hart gegen neue demokratische Ideen vor. Frauen wurde es verboten, sich politisch zu betätigen. Die Tatsache, dass einige Frauen ganz allein einen Kindergarten betrieben, wurde als problematisch angesehen. Und so dauerte es nicht lange, bis die Regierung Fröbels Kindergartenideen als staats- und kirchengefährdend einstufte. Bald wurden alle Schulen, die Fröbels Prinzipien folgten, verboten. Für Fröbel, der sein Lebenswerk zerstört und die Zukunft aller Kinder infrage gestellt sah, war dies ein schwerer Schlag. Tief erschüttert stirbt er nur ein Jahr später. Doch das Verbot löste eine Abwanderung von Kindergärtnerinnen aus. Diese konnten nicht mehr in Deutschland arbeiten und verbreiteten Fröbels Ideen auf der ganzen Welt. Eine Schülerin Fröbels gründete 1856 den ersten Kindergarten in den Vereinigten Staaten. Doch die Geschichte war noch lange nicht zu Ende. Genau 20 Jahre später stieß eine junge Frau namens Anna Lloyd-Jones bei einem Besuch der Ersten Weltausstellung in den Vereinigten Staaten auf einen Satz von Fröbels Geschenken. Anna, eine ausgebildete Lehrerin, war von dem Holzspielzeug so begeistert, dass sie ein Set für ihren neunjährigen Sohn kaufte. Der kleine Frank liebte das Spielzeug, das seine Mutter mit nach Hause brachte und begann, alle möglichen geometrischen Strukturen zu bauen. Zunächst mit dem Holzspielzeug, später in Miniaturform und mit anderen Materialien. Ohne formale Ausbildung wurde Frank Lloyd Wright zu einem der berühmtesten Architekten der Welt. Er ist für einige der ikonischsten Gebäude der modernen Architektur verantwortlich, von denen viele an Fröbels Spielzeugklötze erinnern. Deutschland hob 1860 das Verbot von Kindergärten auf, weil man erkannte, dass dies ein großer Fehler war. Und obwohl Fröbel nicht mehr da war, um die Wiedergeburt seiner Ideen in seinem Heimatland zu erleben, verbreiteten sie sich weiter in der ganzen Welt. Sie wurden zur Inspiration für Maria Montessori, Rudolf Steiner und viele andere, die sich daran machten, die klassische Erziehung zu erneuern. Fröbel sagte einmal, Frank Lloyd Wright beschrieb den Einfluss des Spiels auf seine Gestaltungssatz so. Wie waren deine persönlichen Erfahrungen mit Spielen und Lernen, als du klein warst? Warst du in einem Kindergarten? Und was denkst du über das Spiel als Mittel für Wachstum und Entwicklung? Teile deine Gedanken mit! Um dieses Video ohne Hintergrundmusik herunterzuladen oder mehr über das Thema zu erfahren, gehe auf sproutschools.com.